Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Stromkreis des Katalysatortemperatursensors niedrig, Bank 1, Sensor 1. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein allgemeiner Antriebsstrangcode. Dies bedeutet, dass er für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, die über einen Katalysatortemperatursensor verfügen. Subaru, Ford, Chevy, Jeep, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, Dodge und so weiter, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Der Katalysator ist eines der wichtigsten Emissionsgeräte eines Fahrzeugs. Abgase strömen durch den Katalysator, wo eine chemische Reaktion stattfindet. Diese Reaktion wandelt Kohlenmonoxid Runde Klammer CO Runde Klammer, Kohlenwasserstoff Runde Klammer HO Runde Klammer und Stickoxide NOx in harmloses Wasser Runde Klammer H2O Runde Klammer und Kohlendioxid Runde Klammer CO2 Runde Klammer. Um, der Wirkungsgrad des Wandlers wird von zwei Sauerstoffsensoren überwacht, eine Stromaufwärts vom Konverter und eine Stromabwärts montiert. Durch Vergleichen der Signale des Sauerstoffsensors O2 kann das Antriebsstrangsteuermodul PCM feststellen, ob der Katalysator ordnungsgemäß funktioniert. Ein Standard O2-Sensor aus Zirkonium-Vorkatalysator schaltet sein Ausgangssignal schnell zwischen ungefähr 0,1 und 0,9 Volt um. Ein Wert von 0,1 Volt zeigt ein mageres Luft-Kraftstoff-Gemisch an, während 0,9 Volt ein fettes Gemisch anzeigen. Wenn der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, sollte der nachgeschaltete Sensor bei etwa 0,45 Volt konstant bereit sein. Wirkungsgrad und Temperatur des Katalysators gehen Hand in Hand. Wenn der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Auslasstemperatur etwas höher sein als der Einlass. Die alte Faustregel war ein Unterschied von 100 Grad Fahrenheit. Viele moderne Fahrzeuge weisen jedoch möglicherweise keine so große Diskrepanz auf. Es gibt keinen echten Katalysator-Temperatursensor. Die Codes in diesem Artikel beziehen sich auf den Sauerstoffsensor. Der Teilbank eine dieses Codes zeigt an, dass das Problem bei der ersten Bank des Motors liegt, das heißt, die Bank, die Zylinder enthält. Sensor 1 bezieht sich auf den Sensor, der vor dem Katalysator montiert ist. Der Fehlercode P0427 wird gesetzt, wenn das PCM ein Signal für einen Sensor mit niedriger Katalysator-Temperatur erkennt. Dies zeigt normalerweise an, dass der Stromkreis kurzgeschlossen ist. Zugehörige Diagnosecodes umfassen. P0425 Fehlfunktion des Schaltkreises des Katalysator-Temperatur-Sensors Bank 1, Sensor 1 P0426 Schaltkreisbereich Leistung des Katalysator-Temperatur-Sensors Bank 1, Sensor 1 P0428 Stromkreis des Katalysator-Temperatur-Sensors Hoch Bank 1, Sensor 1 Schweregrad und Symptome des Codes Der Schweregrad dieses Codes ist moderat, zu den Symptomen eines P0427-Motorkodes können gehören, beleuchtete Motorleuchte prüfen schlechte Motorleistung verringerter Kraftstoffverbrauch erhöhte Emissionen Mögliche Ursachen für diesen P0427-Code sind, Sauerstoffsensor-Defekt-Verdrahtungsprobleme Abluft-Kraftstoffgemisch aus dem Gleichgewicht geraten Fehlerhafte PCM-PCM-Programmierung Diagnose und Reparaturverfahren Beginnen Sie mit der Sichtprüfung des vorgeschalteten Sauerstoffsensors und der entsprechenden Verkabelung Suchen Sie nach losen Verbindungen, beschädigten Kabeln und so weiter Überprüfen Sie das Gerät auch optisch und akustisch auf Abgaslecks Ein Abgasleck kann einen falschen Sauerstoffsensorkode verursachen Wenn ein Schaden festgestellt wird, reparieren Sie ihn nach Bedarf Löschen Sie den Code und prüfen Sie, ob er zurückkehrt Suchen Sie als nächstes nach technischen Service-Buildtanks, TSBs, zu diesem Problem Wenn nichts gefunden wird, müssen Sie mit der schrittweisen Diagnose des Systems fortfahren Das folgende ist ein verallgemeinertes Verfahren Da das Testen auf diesen Code zwischen den Fahrzeugen variiert Um das System genau zu testen, sollten Sie sich auf ein Fahrzeugmarkenmodell spezifisches Diagnoseflussdiagramm beziehen Suchen Sie nach anderen DTCs Sauerstoffsensorkodes können häufig aufgrund von Motorleistungsproblemen eingestellt werden Die ein unausgeglichenes Luft-Kraftstoff-Gemisch verursachen Wenn andere DTCs gespeichert sind, sollten Sie diese zuerst beheben Bevor Sie mit der Diagnose des Sauerstoffsensors fortfahren, überprüfen Sie die Funktion des Sensors Dies geschieht am besten mit einem Diagnosetester oder noch besser mit einem Oszilloskop Da die meisten Personen keinen Zugang zu einem Zielfernrohr haben, werden wir die Diagnose von Sauerstoffsensoren mit einem Diagnosetester behandeln Schließen Sie den Diagnosetester an den ODB-Anschluss unter dem Armaturenbrett an Schalten Sie den Diagnosetester ein und wählen Sie den Spannungsparameter Bank 2 Sensor 1 aus der Datenliste Bringen Sie den Motor auf Betriebstemperatur und zeigen Sie den Sensorbetrieb auf dem Diagnosetester im Grafikmodus an Der Sensor sollte schnell zwischen Fett und Mager umschalten 0,1 Volt und 0,9 Volt Wenn die Sensorreaktion träge ist, ist sie wahrscheinlich fehlerhaft und sollte ersetzt werden Wenn der Sensor konstant über 0,55 Volt anzeigt, ist entweder der Sensor ausgefallen Das Luft-Kraft-Stoff-Gemisch ist zu fett oder der Sensor-Signal-Stromkreis ist offen Wenn der Sensor konstant über 0,35 Volt anzeigt, ist entweder der Sensor ausgefallen Das Luft-Kraft-Stoff-Gemisch ist zu mager oder es besteht ein hoher Widerstand oder ein Kurzschluss im Signalkabel zum PCM Überprüfen Sie die Schaltung Sauerstoffsensoren erzeugen ein eigenes Spannungssignal, das an das PCM zurückgesendet wird Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die werkseitigen Schaltpläne konsultieren Um festzustellen, welche Kabel welche sind, Autozone bietet kostenlose Online-Reparatur-Handbücher für viele Fahrzeuge Und ALL-DATA DIY bietet Einzelfahrzeug-Abonnements an Um den Durchgang zwischen Sensor und PCM zu prüfen, drehen Sie den Zündschlüssel in die Position aus und ziehen Sie den Stecker des O2-Sensors ab Schließen Sie ein digitales Multimeter an, das auf Ohm bei ausgeschalteter Zündung zwischen dem Signalanschluss des O2-Sensors am PCM und dem Signalkabel eingestellt ist Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht zwischen PCM und Sensor ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität Als nächstes möchten Sie die Erdungsseite des Stromkreises überprüfen Drehen Sie dazu den Zündschlüssel in die Position aus und ziehen Sie den Stecker des O2-Sensors ab Schließen Sie ein digitales Multimeter an Ohm bei ausgeschalteter Zündung zwischen der Erdungsklemme des O2-Sensorsteckers, Kabelbaumseite und der Gehäusemasse an Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, befindet sich auf der Erdungsseite des Stromkreises ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Durchgang zur Erde Schließlich möchten Sie überprüfen, ob das PCM das O2-Sensor-Signal ordnungsgemäß verarbeitet Lassen Sie dazu alle Anschlüsse angeschlossen und stecken Sie ein Kabel für die Rücksonde in den Signalanschluss am PCM Stellen Sie das Digital-Multimeter auf die Gleichspannungseinstellung ein Vergleichen Sie bei warmem Motor die Spannungsanzeige am Messgerät mit der am Diagnosetester Wenn die beiden nicht übereinstimmen, ist das PCM wahrscheinlich fehlerhaft oder muss neu programmiert werden Entspannung ist dasEN Beziehungsweise Untertitelung des ZDF, 2020